Das Bundesministerium für Ihr Arbeit und Soziales ermöglicht sich bei Ihnen entschuldigen, alle die Menschen, die doch sehr viel zurückstecken mussten durch die Agenda 2010, aber Sie haben uns verholfen. Deutschland ist Exportweltmeister. Wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen. Deutschland sagt sorry. Ja, ja. Was soll man dazu sagen? Nein. Sorry für die Jobcenter, Orte der Erniedrigung, für Maßnahmen an Eurojobs und Eingliederungsvereinbarung. Alles führt zu Depressionen, Kummer, Elend, nackter Wut. Wir wissen das, doch immerhin ist die Arbeitslosenquote gut. Deutschland sagt sorry. Denken, es ist Zeit. Die Agenda 2010, du gibst alles Ballein. Deutschland sagt sorry. Sorry. Deutschland sagt sorry. Sorry, sorry. Sorry für Sanktionen, Werkzeuge der Macht. Schigan und für die Ärmsten haben wir uns ausgedacht. Wir streichen Geld für Medizin, Nahrung, Miete, Strom und Gas. Das ist zwar hart, doch immerhin sparen wir dabei richtig was. Deutschland sagt sorry. Wir denken, es ist Zeit, die Agenda 2010 tut uns furchtbar leid. Sorry für das Sorry, die bloße Entschuldigung. Wir wollen ein Tor die Story und keine Veränderung. Ihr tut uns ja auch wirklich leid. Doch vor allem wollen wir Klicks. Wir hoffen, dass ihr dankbar seid. Denn Sorry ist ja besser als nichts. Deutschland sagt sorry. Es ist an der Zeit. Deutschland sagt sorry. Es ist an der Zeit. Deutschland sagt sorry. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mögen sich bei Ihnen entschuldigen. Alle die Menschen, die doch sehr viel zurückstecken mussten durch die Agenda 20. 剩 und iks auch